Ja, Hallihallo, hier ist euer Konrad mit einer ganz kurzen Zwischeninfo. Und zwar, wie ihr vielleicht hört, habe ich endlich mein neues Mikrofon. Und weil ich nicht warten will, bis endlich die erste Minecraft-Folge kommt mit meinem neuen Sound, wollte ich euch einfach schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben von dem, was euch in Zukunft hier so soundmäßig erwarten wird. Es ist endlich da, mein neues Mikrofon. Die Minecraft Let's Plays müsste noch bis Folge 34, glaube ich, oder 33, habe ich sie im Kasten. So lange müsste halt noch mit meinem alten Knatter-Mikrofon irgendwie auskommen. Ja, aber ich denke, das kriegt man hin. Dann geht es ja ab der Folge 35 mit einem besseren Sound los. Und ich freue mich auch schon richtig, weil ich jetzt auch das ein oder andere Projekt noch mehr machen kann, was ich einfach mit dieser schlechten Soundqualität nicht machen wollte. Ja. Und weil mir das Mikro so Spaß macht und ich jetzt unbedingt gleich eine Aufnahme starten wollte, habe ich das jetzt einfach mal gemacht als kurzes Infovideo. Da seht ihr auch so meine Ausprobierwelt, in der ich immer spiele, wenn ich nicht gerade am Let's Playen bin. Da gucke ich immer so, was könnte schön aussehen. Was ist vielleicht, oder wenn ich einfach nur Lust habe, ein bisschen Minecraft zu spielen. Dann habe ich hier auch eine kleine Farm, ein kleines Schweinchen, ne, ein kleines Schweinchen. Ja, was ist los? Also die Schweinchen, Schafe habe ich hier auch, ja, wie in meiner Let's Play-Welt. Nur habe ich die hier ein bisschen weiter weg vom Schlafzimmer platziert, damit die mir nicht so in die Ohren fallen. Und wir haben schon eineinhalb Kühe. Ich hatte doch da mal, ach, da ist ja noch ein und jede Menge Hühner habe ich hier auch schon. Ich habe hier schon Kürbisse, ich habe hier schon Weizen, ich habe hier schon Kartoffeln, ich habe hier sogar schon so ein Dorf entdeckt. Ach, ich freue mich richtig. Wenn wir in der Let's Play-Welt mal soweit sind, ja, das einfach nur als Info soweit. Noch eine ganz kurze Info an meine Abonnenten vielleicht. Guckt doch mal in euren Nachrichteneingang bei YouTube. Weil mir ist aufgefallen, dass man da gar keine Meldung kriegt. Ich habe da letztens auch noch mal zufällig reingeschaut und war dann ganz überrascht, wie viel Post ich bekommen habe. Aber YouTube hat mir das einfach nicht gemeldet und dem ein oder anderen von euch habe ich vielleicht sogar was geschrieben. Also guckt da einfach mal rein und dann wisst ihr Bescheid. Und dann freue ich mich ab Folge 35 bei meinem Minecraft Let's Play endlich mit dem neuen Mikro. Und ich habe so Spaß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, bevor ich jetzt mich hier aber gleich blamiere und gleich auf die Fresse klicke, beende ich das an der Stelle. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen von meinen Videos mit alter Soundqualität und dann in Zukunft natürlich mit der neuen Soundqualität. Okidoki, dann sag ich mal Adieu mit Ö, euer Konrad.